Servus, wie ihr seid? Ja, das ist mal was ganz anderes, das stimmt. Mal herzlich willkommen zum ersten Farmflug, den ich immer drauf habe. Das möchte ich heute noch als kleines Infovideo gestalten. Ob man nicht bedenkt, ich probiere mal was Neues. Heute sind wir leider mit dem kleinen Fahrrad unterwegs. Nach vorgestern bin ich mit dem ersten Fahrrad unterwegs, unseren neuen Unternehmer. Das Video und sage ich euch gleich jetzt. Und heute ist der Basel, der mir taucht den Stuhl. Es ist ein Kotikerrand. Es hat 10,5 Kubik. Es ist mit einem Möscher-Potaler. Ja, bei uns im Höchstbereich ist der Neverland. Ja, der Spann ist super. Die großen Reifen von den Fasen sind oft einmal zu 50er mit 30,5 Zoll. Das ist jetzt einmal gleichbezügig. Und ich finde das spannend, was den Fugik und Teller war. Aber ich finde das eigentlich am Tag, das werden wir gleich passen. Ja, zu mir selber. Wie man unschwer hören kann, komme ich aus Österreich. Ganz genau aus der Südsteiermark. Zweigsten Dialekt. Ja, die werden wir sicher nicht verstehen. Aber das hilft nicht. Die Reihe halten wir selbst. Und ja. Was ich heute tue, das ist auf der Sickleburg, von vor selber ausführen. Dadurch, dass jetzt die Letzter da gegrillt hat, ist jetzt wirklich cool. Und weil heute, soviel schon da da ist, froh, ihr seid. Das ist nämlich unser eigenes Phasen. Das ist leider so klar. Das ist ein Bauer. Drei Kubik Phas. Aber ich sage für den Ort, was wir das brauchen. Das ist genug, weil wir ein Bauer sein können. Das sind ja auch auf hier. Vom Isthaben. Und eben zu sicher auf hier. Und für das war das perfekt. Aber ja. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob euch das gefällt. Mit den Bauer drauf. Ob ich das weitermachen soll. Aufhören soll. Ich bin über jede Kritik. Und über jede Info von euch. Sehr dankbar. Und ja. Dann sage ich mal gleich. Viert euch. Und vielleicht sehen wir uns noch einmal. Aufhören. Aufhören. . Untertitelung des ZDF für funk, 2017